Moin moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Das Wochenendbataillon grüßt euch. Hallo. Ja, du hast ein bisschen aufholen können. Moment, wo müssen wir hin? Also hier ist jetzt der Heldenpunkt. Wir können... Oh, au, 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 au. Was greift mich denn hier jetzt an? Ein Geist oder sowas. Das sieht so leuchtend aus. Ja, gehen wir ruhig mal hier runter. Hier. Ich sehe sie auch. Was ist hier? Sascha, wo bist du? Ich habe was aufgesammelt. Ah. So, der Heldenpunkt, ja, der ist auch etwas tiefer. So ist nicht... Trau mich da natürlich nie runterzuspringen. Man weiß ja nie, was da ist. Sport, wo bist du hin? Ja, gut. Die sind überall. Ach, da bist du. Ich möchte das hier deinen... dein... dein... Was ist das denn? Mein? Mein? Noch tiefer, ne? Ja, wir müssen noch tiefer. Mal so stückchenweise... noch tiefer. Bäh, okay, jetzt bin ich hier ganz unten. Schaut gut oder schlecht aus. Schauen wir mal. Ich kann... meine Sterbe... extra. Oh. Wird immer noch tiefer angezeigt. Frist das. Ich werde mich revanchieren. Ich werde mich revanchieren. Die Frage ist, wo... wo geht's jetzt hier wirklich tiefer? Hin. Schauen wir uns das an. Au. Ja, super. Äh, Drecksvieh. Uuuuh. Ich bin down. Dieser Pilzverteidiger. Okay, bin auch. Das gibt's doch nicht. Das war ja ein super Start. Ja. Starten wir mal bei dem Lager. Wieder. Nicht aufgepasst auf diesen Verteidiger. Ich hab' ihn auch unterschätzt. Gebe ich dazu. Das reparieren hier. So. Ähm. Wir werden mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Sollten wir gleich... ...ne andere Abzweigung nehmen. Ich... ...ne andere Abzweigung nehmen. Ich werde euch brechen. ...ne andere Abzweigung nehmen. Ich... ...ne andere Abzweigung nehmen. ...ne andere Abzweigung nehmen. Sollten wir jetzt hier reinlaufen. Vielleicht führt uns das aber auch einfach nur viel zu weit nach oben. Wir laufen dir immer hinterher. Als wenn ich wüsste, wo's lang geht. Ich glaub, wir waren da schon nicht so verkehrt. ...ne andere Abzweigung nehmen. Schauen wir mal. Ups. Oh, dicker. Fuck, freedom. Bildt ihr da oben noch? Ja. Wir haben hier noch einen dicken. Aber der hat es auch gleich hinter sich. Hoffe ich doch mal. Wenn er nicht weiter hin und her springt. Puh, schweiger. So, wo bist du? Ich war da unten. Wir wären jetzt quasi auch wieder da, wo wir waren. Wenn ich das hier richtig sehe. Ich kann hier ja mal ein Stück längs gucken. Ah. Sehen... Tue ich dich jetzt zumindest gerade nicht. Ah doch. Ich würde mal sagen, wir treffen uns einfach unten auf dem Wohnar. Da sehe ich doch was. Da sehe ich was. Ich falle zu dir. Da hast du ja aber auch Party. Fast ein bisschen viel. Alles rein. Der Troll, Alter. Oh, hier sind auch noch zwei. Vielleicht wollen die auch zum Heldenpunkt. Hello. Kann dir ja mal ganz geflissentlich folgen. Ah, der Verteidiger ist hier links. Der uns vorhin so wunderbar einen auf die Mütze gegeben hat. Achso, die laufen alle durch. Naja, dann... Laufen wir auch mal kurz. Wollen wir jetzt wunderbar drumherum laufen? Ah, hier dreht sich's dann um. Genau. Scheiße, 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 scheiße. Bleiben wir ja kurz mal stehen. Warte mal, warte mal. Ich weiß nicht, was mit Gigi ist. Ja, jetzt. Okay, ich falle fest. Dann... Ja. Folgen wir den einfach mal schnell. Um dann vorbeizukommen. Ah, hier rechts. Nein, wir nutzen das nicht aus, dass es... Spieler gibt, die mal wissen, wo es lang geht. Aber wir sind ja auch noch Anfänger, ne? Der gerade frisch in Guild Wars eingestiegen. Ja, das ist angenehm. Wir haben ja quasi gerade erst... Da kommt auf jeden Fall ein Boss, ne? Ja. Ja, da ist er. Dreistellen, ja, ist es. Ja, frisch. Ja, frisch. Sehr schön. Das geht ja flott. So lobe ich mir das. So, Blick auf die Karte. Eigentlich müssen wir wieder zur Hauptweg zurück. Ja, grob. Grob ist es. Wir müssen ja erst mal raus. Das hier sieht nicht richtig aus. Drei. Oh. Oh, 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 oh. Karan-Dschungel-Troll. Muss ich mir jetzt nicht geben. Wo lauft ihr lang? Da hinten. Ich dachte, hier wäre was zum Abbauen. Ja, geht's hier wieder hoch? Nee. Nicht schnell. Ja, und ich darf hier arbeiten. Tun wir ja auch, ne? Wir machen den Bergbau. Ja, ja. Hier, komm. Ihr dürft den Rest machen. Ich hab zuvor gearbeitet. Boah, diese Pilze. Ich kann die Champignons bald nicht mehr sehen. So, ähm... Genau, da ist... Sieht so aus, als könntest du auch hochgehen. Zumindest von der Karte her. So angezeigt. Boah, ich sehe hier auch wieder Tageslicht. Oh, ich sehe hier auch wieder Tageslicht. So... So... Wegeblattpilze bringen mir nichts. Hier, diese Einsicht in die Maguma-Beherrschung, habt ihr die? Äh, die... Schauen wir mal. Ja. So, hier hinten geht's... ...wieder höher, wie es aussieht. Zack. Ich werde mich revanchieren! Oh, hängen fest hier. Oh, Pilze. Wieder, wieder. Hinter uns. Oh, sie kommen wir pana oder? Oh, wir kommen jetzt. hier jetzt nicht oder ist es sehen die wir gerade hatten für die in den namen würde ich jetzt weiter rausgehen also hier quasi hoch folgen um hier dann wieder auf den hauptweg zu kommen der dann wir können wir hier auf die zinswürdigkeit mitnehmen hier in der mitte wo in der mitte hier ja genau die können wir dann auch nur die können wir unten im süden weitermachen genau moment ihr wollt daran das ist ja kein weg wir müssen glaube ich zuerst noch weiter richtung hier also hier kommen wir halt die ebene höher ich glaube das ist dann noch der entsprechende weg ein nach gott ich habe keine ahnung wo die her kam ich bin nicht dran schuld so die sehenswürdigkeit die du sagt ist da da müssen wir hier lang das noch ist noch erz wo ist sascha unten beim erz warum frag ich ja ja hier an der kante und da gibt es da noch runter zu der sehenswürdigkeit ja da kommt man aber glaube ich auch wieder hoch wobei es muss noch tiefer liegen diese karte die ist auch furchtbar ebenreich da sind wir ja auch größtenteils so hier hier wird dann die sehenswürdigkeit ganz viele wespen ist noch weiter unten sehenswürdig ach da ist eine hülle das muss man auch ein sagen ist doch keine hülle hier müssen wir schon runter ich gehe mal eine ebene wo ich mal wo ich lande bei basilisken da kommt man da hinten noch wieder hoch gesprungen wo seid ihr denn moment hier seid ihr auf der karte laufen genau jetzt seid ihr schon weiter habt ihr die weg marke schon die sehenswürdigkeit die weg marke muss es halt noch tiefer stückchen tiefer wer ist hier das geht ja richtig runter so noch mal eine ebene ouch oh hier ist gift hier ist ge- 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 scheiße oh 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 hier ist gift ja ist mir egal ach ach du bist ein du bist ein cheater hä ja ich kann machen was ich will ich krieg dich nicht hoch nee das hab ich aber gar nicht gesehen dass da gift ist das ist ja gemein ja jetzt wenn man hier unten ist sieht man schon ne aber hat man denn damit jetzt die weg mal äh das ding gekriegt nee 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 da war noch viel zu weit entfernt das würde ich dann glaube ich habe auch erstmal hinten ran stellen äh wenn der zugangsweg mit gift versetzt ist ist er vielleicht auch gar nicht und es gibt noch einen anderen weg oder du musst jetzt die beherrschung haben ja aber noch habe ich dir nicht kannst du da durchgehen durch das blaue portal oder was es ist hier also ich kann da nicht durchgehen also ja du liegst ja da achso da kann man nicht durch sehr gut dann ähm startpunkt ähm vielleicht einen anderen könnte sich ganz unten anfangen genau das dachte ich auch ich äh sehen könnte äh ja es ist lager der gerüchte äh hier passage des drachen passage des drachen genau unten ne ja so aber sehen wie wir weiter orientierungslos hier durch die gefilde streifen und ihr in der nächsten folge bis denn leute ciao ciao tschüss